So, wir können doch jetzt hier so und so hinstellen, dass die Ads senkrecht durch den Durchlaufen so hier. Wenn dir jetzt keiner angreift, boah scheiße. Ja, einer geht rüber und sammelt die Ads schon ein, bevor die zum Boss gehen. Ich mach das mal. Ich glaub ich kite die lieber nicht. Ich bin tot. Hier rein, hier rein. Hier ist ein Feuerkreis. Das ist der Lara, okay. Spawn auch an. Okay. Das Problem ist, man muss diese blöden Viecher wirklich äh... Ja, das Problem ist, ich hab denen die Agro, die über euch da gekommen sind. Dann muss hier einer nehmen. Ja, die kannst nicht alleine Agro halten. Wir müssen mal ein paar von den Viechern irgendwie weglöten hier. Das Problem ist, dass der Feuerkreis ja nur, wenn ein kurzer Moment kommt und die springen und danach sofort wieder weg, äh dann stehen bleiben. Nachdem die sich wieder gefahren haben, sind die Viecher doch selber gestunnt. Ich werde mich überwärten, haben wir gut. Entschuldigung. Ich werde mich überwärten. On my mark. Das Problem ist, dass der Boss natürlich auch böse ist, wenn man dann eben auch noch... Kannst eigentlich nur mit Fernkampf noch drangehen jetzt. Das ist so eine wunderbare neue Spielmechanik, oder? Beziehungsweise musst du einen haben, der den tankt. Dann kannst du was machen, aber sobald er sich zu mir umdreht, ist er jetzt nicht. Das ist so eine Schuss! Puh, eine Spare. Das ist ja...